Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es darum, wie ihr Linux-Boot-Probleme beheben könnt, also wie ihr eurem kranken Lieblingsvogel wieder auf die Beine helfen könnt. Bevor es losgeht, noch eine Warnung an euch, dass sie ist etwas, womit ihr auch wirklich was kaputt machen könnt. Also ihr könnt nicht bloß Boot-Probleme damit beheben, sondern ihr könnt auch wirklich Informationen überschreiben von eurem System, dass die wirklich weg sind. Also es kann zu Datenverlust kommen und so weiter und so fort. Seid gewarnt, wie auch bei den anderen Videos. Das hier macht ihr wie immer auf eigenes Risiko. Wenn was kaputt geht, seid nur ihr dran schuld. Also von daher traut auch nicht Leuten, die irgendwas im Internet erzählen. Das gilt nicht nur bloß für das, was ich hier sage, sondern auch für alle anderen auch. Wenn Boot-mäßig erstmal überhaupt nichts mehr funktioniert, braucht ihr ein System, was ihr booten könnt. Dafür gibt es verschiedene Live-Linux-Systeme. Das kann die Installations-CD-ISO-USB-Stick von eurer Distribution direkt sein. Oder, falls ihr was anderes haben möchtet, könnt ihr auch Knoppix nehmen. Das war eins der, oder nein, es war sogar das erste Linux, was sich von CD aus starten ließ. War damals eine neue Sache, jetzt nicht mehr so unbedingt. Vor allem nicht, wenn man es auf CD packen wollen würde. Heutzutage würde man wahrscheinlich eher einen USB-Stick nehmen oder, ja, falls ihr noch eine CD-DVD brennt für irgendwelche Dinger, nehmt lieber eine RW, denn sonst ist es hinterher sowieso Abfall. So einen Knoppix könnt ihr auf einen USB-Stick schreiben und dann davon euer System booten. Da kann man bei diesem Prompt am Anfang, also bei diesem Startbildschirm, was eingeben und je nachdem, was man denn da eingibt, wird ein anderes System gebootet. Wenn man zum Beispiel jetzt Knoppix Freifeld 2 eingibt, landet man im Textmodus, denn mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ansonsten gibt es eine grafische Oberfläche, ist zwar schön, aber das dauert länger, bis es hochgefahren ist und man braucht es eigentlich hierfür nicht. Als nächstes geht es darum, die richtige Festplatte, also HDD mit den rotierenden Magnetscheiben oder die SSD zu finden, wo das Betriebssystem drauf ist, also wo die richtige Partition drauf ist, wo das Betriebssystem ist, also eure Linux-Distribution. Das ist üblicherweise sowas wie X4, BTRFS und das könnt ihr herausfinden, indem ihr Parted-L eingebt. Da werden alle Festplatten, alle SSDs durchgegangen und dann wird aufgelistet, welche Partitionen es darauf gibt und da steht auch das Dateisystem jeweils bei. Die richtige Partition könnt ihr auch anhand von der Größe erkennen. Ja, und dann setzt sich das Ganze nachher zusammen, also der Name von der Gerätedatei, der die Partition widerspiegelt, zusammen aus schrägstrich dev, schrägstrich und dann üblicherweise SD für SCSI-Disc, also so ist die Abkürzung dabei, auch wenn es jetzt eine SATA-Platte ist. Aber SD kommt dann und dann kommt, wenn es die erste Festplatte im System ist, kommt dann A hin, die zweite wäre dann B und so weiter und so fort. Und dann kommt eine Nummer und die Nummer ist die Partitionsnummer. Also 1 wäre die erste Partition, 2 wäre die zweite und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt ein NVMe drin habt, also so eine Flash-Steckkarte im NVMe-Format, dann setzt sich das ein bisschen anders zusammen. 0N1, also der erste Controller, die erste, also da geht die Zählung bei 0 los, bei 1, also es ist nicht so ganz konsistent. Und dann ist das hier mit N1 die erste NVMe-Steckkarte, also dieser Flash-Chip, der so gesteckt wird. Und dann haben wir mit P werden die Partitionen abgegrenzt, P1 wäre dann die erste Partition. Aber das listet euch Parted-L auch auf, sodass ihr das da auch finden müsst. Und dann könnt ihr es kopieren und einfügen mit der mittleren Maustaste, könnt ihr es einfügen, nachdem ihr es mit der linken Maustaste markiert habt. Wenn ihr denn wisst, welche Partition die richtige ist für euer Betriebssystem, dann legt ihr im Live-System ein neues Verzeichnis an, wo das Ganze reingemountet wird. Dann mounten wir die Partition, die wir uns ausgesucht haben, die die richtige ist mit Mount, dev, SDA2 zum Beispiel für die zweite Partition auf dem ersten Laufwerk, SATA, SCSI oder was auch immer es ist. Und mounten das zu diesem Mountpunkt und mit NVMe sieht es halt ein bisschen anders aus. Dann wechseln wir in das gemountete Verzeichnis rein, wo das Betriebssystem hoffentlich drin ist. Und dann mounten wir zusätzlich verschiedene Pseudo-Datei-Systeme. Also sowas wie hier dev. Dev repräsentiert so ein Verzeichnis, wo Pseudo-Dateien drin sind, die so ein Gegenstück zu der verbauten Hardware sind. Also, das haben wir ja schon gesehen hier, also sowas wie SDA2. Das sieht erstmal so ähnlich aus wie eine Datei, wird auch ähnlich behandelt. Der Anfang von dieser Datei wäre auch der erste Block auf der Festplattenpartition. Das ist so ein grundlegendes Unix-Prinzip. Alles ist eine Datei. Eben auch verschiedene Geräte werden als Dateien in das Dateisystem so eingebunden. Und dev ist das für die Devices. Dann haben wir ja nochmal was ähnliches für Sys. Da stehen nochmal Informationen zum System drin. Also, ja, wirklich sehr, sehr viel. Welche USB-Schnittstellen sind da drin und so weiter und so fort. Und ähnliches auch Proc. Also, ja, da stehen auch solche Informationen drin. Und in einige von diesen Pseudo-Dateien kann man auch was reinschreiben, um Eigenschaften umzukonfigurieren oder verschiedene Dinge damit zu machen. Normalerweise tut ihr das nicht. Da gibt es Programme, für die das für euch erledigen. Aber es wird alles als Datei repräsentiert. Und damit sprechen dann spezielle Programme, die zur Konfiguration von diesem, jenen und welchen zuständig sind. Mit dem Bind legen wir hier zusätzlich fest, dass das, was schon vorhanden ist, also von unserem laufenden Live-System, dieses Dev-Verzeichnis, was es ja schon gibt und was gut gefüllt ist mit den verschiedenen Einträgen für die ganze Hardware, das soll jetzt in das Dev-Verzeichnis, was hier drunter gemountet ist, wo wir uns jetzt auch gerade drin befinden, soll da so reingebunden werden. Also, es wird nicht neu angelegt, sondern das, was schon in dem Original drin ist, wird da nochmal so eingeblendet. Und das machen wir auch mit dem Sys, da steht auch nochmal das Bind drin. Und Proc, das mounten wir nochmal um als Typ Proc. Also, das ist da ein bisschen anders, aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Nachdem wir das gemacht haben, wechseln wir das aktuelle System, also den Punkt, wo unser Root-Dateisystem ist. Wir waren ja vorher noch in unserem KnopX Live-System, oder wenn ihr was anderes verwendet habt, in dem jeweiligen Live-System drin. Und mit dem Change-Root sagen wir, dass das aktuelle System jetzt das ist, was wir von der Festplatte SSD gemountet haben. Und damit haben wir dann auch das System als solches, also mit den ganzen Bibliotheken, die dort sind, mit den installierten Programmen und so weiter und so fort. Was allerdings gleich bleibt, ist der Kernel, den das Live-Linux mitbringt. Also, der ändert sich nichts, der bleibt weiterhin im Hintergrund aktiv und den wechselt man damit nicht. Danach starten wir die Bash, also die Born-Again-Shell, eine Textkonsole, damit wir die auch wirklich verwenden von unserem System, was wir dort gemountet und da rein gewechselt haben. Wir müssen jetzt noch gucken, dass das neue System, was wir ja gemountet haben, auch noch beschreibbar ist. Das ist in vielen Fällen nicht so. Darum machen wir hier ein Mount minus O, Remount, Remount RW. Und das bedeutet, dass wir das Datei-System nochmal neu mounten, also ohne es wirklich auszuhängen. Aber mit dem RW sagen wir dem, dass es auch Read und Write, also lesen und schreiben können soll. Also vorher steht da den RO häufig, also Read-Only, nur lesen. Und mit dem Parametersatz hier wird das nochmal neu gemountet, sodass wir es auch schreiben können. Der Schrägstrich ist hier richtig, denn wir sind ja in dem anderen System, also nicht mehr dem Live-Linux, sondern auf dem, was wir von der Betriebssystem-Partition gemountet haben. Dann haben wir jetzt hier noch für UEFI-Systeme, das wird heutzutage das Normale sein. Also wird heutzutage das Normale sein. Also von daher müssen wir jetzt auch noch die UEFI-Partitionen mounten, zusätzlich noch hier für die NVMe-Variante oder für die SATA-SCSI-Variante. Da müssen wir nochmal eine zusätzliche Partition einbinden. Ist üblicherweise die erste, also ich glaube, das ist auch wirklich so definiert, dass die erste Partition auf dem Boot-Medium auch die UEFI-Partition sein soll. Und ja, so oder so. Und das muss jeweils dort rein. Kommen wir jetzt zur Reparatur. Üblicherweise ist auf dem System der Grub Boot-Manager installiert. Das ist im Moment noch die häufigste Variante. Es mag sein, dass sich in Zukunft so eine zusätzliche Komponente von Systemen dort durchsetzt. Das wird man gucken, aber im Moment wird Grub noch sehr häufig verwendet. Und das ist so das System, womit man sich bei Boot-Problemen auseinandersetzen muss. Das Einfachste ist, erstmal so ein Update Grub zu machen, zusammengeschrieben mit Minus in der Mitte. Und dann läuft so ein Erkennungsmechanismus durch, der die ganzen Partitionen einmal durchguckt, ob da irgendwelche anderen Betriebssysteme auch noch sind. Und auf dem System, wo wir reingeschrutet sind, da wird geguckt, welche Körnel sind da drin, mit welchen Boot-Parametern sollen die gestartet werden. Und dann wird dieses Grub Boot-Menü neu aufgebaut. Je nachdem, welche Distributionen ihr habt, kann das sein, dass die weiteren Betriebssysteme erkannt werden oder auch nicht. Einige haben das deaktiviert, wahrscheinlich eher aus Sicherheitsgründen. Andere haben es aktiv drin, sodass andere Systeme, sowas wie Windows oder vielleicht auch BSD, andere Linux-Systeme erkannt werden. Aber auf einigen ist es deaktiviert, dann kommen die nicht mit in dieses Menü rein. Sollte das jetzt nicht funktioniert haben, dann gucken wir erstmal nach, ob die Grub-Pakete überhaupt installiert sind und ob OS-Prober mit drauf ist. OS-Prober ist dieses Paket, was gebraucht wird, um andere Systeme zu erkennen und auch in dieses Boot-Menü mit einzubinden. Mit dpkg-freifeld-get-selections kriegt man eine Liste mit allen Paketen, die auf einem Debian, auf einem Ubuntu, auf einem Linux-Mint oder einem anderen Debian-Derivat installiert sind. Und mit dem Pipe geben wir die Ausgabe an das nächste Programm weiter, in diesem Fall das Grub. Damit werden einzelne Zeilen rausgesucht, die einem Filterkriterium entsprechen. In diesem Fall möchte ich alle Zeilen, die Grub enthalten, rauslesen oder hier in dem zweiten Fall möchte ich alle Zeilen, die OS-Prober enthalten und dann habe ich hinterher eine Liste, die nur Einträge enthält, wo Grub-Pakete drinstehen oder Pakete, die OS-Prober heißen. Dann kann ich schon mal gucken, ob das installiert ist. Bei Debian-Systemen, da steht dann auch bei, das ist installed, also installiert. Wenn der jetzt nicht installed steht, dann müssen wir auch noch mal die jeweiligen Pakete nachinstallieren. Wie hier einmal aufgelistet. Für EFI-Systeme sind das diese Pakete hier, also das hier sind die Pakete. Und mit apt-get wird installiert und minus minus reinstall noch mal neu installieren. Wenn ihr dann noch kein Netzwerk habt, dann müsst ihr, ja, dann müsst ihr es entweder bahnend einstellen, darum geht es hier nicht, oder in dem Fall ist es natürlich praktischer, auch den Desktop-Modus zu nehmen. Dort könnt ihr dann noch mal Netzwerk einstellen. Wenn ihr vielleicht eine statische IP-Adresse habt, DHCP, irgendwas, könnt ihr das besser über die grafische Oberfläche machen. Für BIOS-Systeme ist das ein bisschen weniger, was dort installiert wird. Und danach sollten eigentlich die Pakete so installiert sein, dass man damit auch den Punkt hier, also den hier auf jeden Fall, durchführen kann. Eventuell muss man Grub auch noch mal neu installieren. Dafür gibt es Grub-Install. Dann muss man meistens auch noch angeben, wo das Ganze installiert werden soll. Also man gibt hier noch mal eine Festplatte oder eine SSD an oder hier NVMe. Dabei wird das ganze Laufwerk angegeben, also nicht hier SDA1 oder hier P1 am Ende, sondern wirklich so. Dann erkennt Grub das Ganze und installiert den Startsektor an der richtigen Stelle und trägt auch die Informationen in die jeweilige EFI-Partition ein. Wenn das Ganze immer noch nicht funktionieren sollte, also nachdem ihr jetzt sowas gemacht habt wie das hier oder auch schon das hier, wenn da jetzt keine Fehlermeldungen stehen, sondern nichts kommt, dann ist es eigentlich immer gut, beziehungsweise in dem Fall wird aufgelistet, was dort erkannt wird. Danach macht ihr einen Neustart und guckt denn nach, ob das System wieder von eurem Boot-Medium startet. Also nicht mehr vom Live-Medium, sondern von dem, wo ihr es drauf installiert habt. Genauso wie das hier, nachdem ihr das ausprobiert habt, auch mal einen Neustart machen, gucken, ob es dann wieder funktioniert. Dann haben wir auch noch die Variante mit dem UEFI-System. Also die können auch einen zusätzlichen Boot-Manager mit zusätzlichen Boot-Menü-Einträgen verwenden. Das kann man mit dem UEFI-Boot MGR, das ist so ein Kommandozeilenprogramm, sich einmal angucken, welche Einträge dort drin sind. Die werden auch im nicht-flüchtigen Bereich auf dem Mainboard abgelegt. Da gibt es nochmal so einen zusätzlichen Chip oder irgendwo ist ein Chip drin, wo diese Einträge abgelegt werden. Und da kann auch was durcheinander geraten sein. Wenn das das Problem sein sollte, dann könnt ihr über EFI-Boot MGR-help euch das mal angucken, was da für Möglichkeiten drin sind, vom einfachen Auflisten, was ist dort eingetragen, bis zum Hinzufügen von neuen Einträgen, Löschen oder sonst irgendwas. Und das kann dann ein bisschen komplizierter werden. Weitere Informationen gibt es unter dem Arch Linux Wiki. Da stehen immer sehr gute Artikel drin, sind zwar auf Englisch, aber die enthalten immer sehr gute Anleitungen, auch für andere Linux-Distributionen, die nicht unbedingt auf Arch basieren. Also die meisten Punkte davon funktionieren auch unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint und Co. Und ja, also das ist immer eine tolle Anlaufstelle. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Nachmachen ist eigentlich nichts, was man gerne machen möchte. Denn eigentlich soll so ein Linux-System funktionieren, ohne dass man jeweils dabei eingreifen muss, um irgendwelche Probleme zu beheben. Das sollte eigentlich von der Erstinstallation bis zum Entsorgen des Rechners eigentlich durchlaufen, aktualisieren natürlich nicht vergessen. Aber eigentlich ist das nichts, was man machen möchte. Das hier ist sowas für im Falle eines Falles. Seid ihr jetzt vielleicht ein bisschen schlauer und wenn ihr da irgendwie bockige Systeme habt, wo irgendwas nicht funktioniert, gibt es ja von mir auch den Service dazu. Da könnt ihr mich denn auch buchen, dann helfe ich euch auch gerne. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017